Musik Kay West Eine Oper von Regis Campot nach dem Schauspiel von Bernard-Marie Coltes. Ein Mann geht nachts in einen verlassenen Hangar am Hafen. Er sucht den Tod und er sucht jemanden, der ihn über den Fluss bringt, der Leben und Tod trennt. Er begegnet entwurzelten Menschen wie der alten Cécile oder ihrem Sohn Charles, die ihm gegen Geld gern zum Tod verhelfen. In einem Ort am Rande der Zivilisation beginnt ein geheimnisvoller Kampf. Wer gibt wem was? Wer folgt wem? Mit Kay West ist zum ersten Mal ein Drama von Bernard-Marie Coltes für das Musiktheater adaptiert worden. Regis Campot hat zu den 30 Szenen eine verführerisch glitzernde Musik voller rhythmischer Spannung geschrieben und einen musikalischen Raum geschaffen, in dem sich Figuren begegnen, miteinander handeln und sich töten. Musik 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 Untertitelung. BR 2018